Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Seit knapp fünf Jahren und heute 100 Spielen betreuen Samma Mosain als Trainer und Heike Trunzler als Teammanagerin die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken 2. Das nahm eine Fangruppe um Party66 nun zum Anlass, die beiden zu ehren. Ja, bekanntesend. Liebe Heike, lieber Samma, vor fünf Jahren, seit fünf Jahren seid ihr jetzt offiziell an der Seitenlinie vom FCS, der zweiten Mannschaft. 2018 habt ihr die Mission begonnen, den FCS 2 von der Kreisliga in die Champions League zu führen. Und wir als Fans von der zweiten haben sozusagen Gedanken gemacht und haben ein bisschen nachgezählt. Und dann ist es aufgefallen, dass ihr beide heute ein Jahrhundert dieses Flüschspiel habt. Und deswegen wollten wir euch dann eine kleine Freude machen. Auch wir gratulieren Samma und Heike zum tollen Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg beim FCS. Auf die nächsten 100, ne? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020